Ich bin Cristiano Ronaldo, manisch, manisch dem Mundo, bin wieder da mit Portugal-Sau, heute gegen Belgien, ja, ich denke wir starten rein mit diesem Video, viel Spaß! Ja, heute ich, Cristiano Ronaldo, spiele gegen Belgien, wir spielen gegen Belgien, habe ich gerade schon gesagt, mit Portugal und wir kommen weiter durch zwei Tore von mir, Cristiano Ronaldo. Ja, ihr solltet mir Agua trinken, Agua ist gesund, er enthält H2O, ich trinke jetzt ein bisschen Agua, ist ja gar nichts drin, Flasche ist schon leer, Cristiano Ronaldo trinkt nur Agua, weg mit Coca-Cola, was ist Coca-Cola? Wer eine Pressekonferenz gesehen hat, der hat gesehen, ich scheiße auf Coca-Cola, Coca-Cola ist ungesund, zu viel Zucker und Kohlensäule, das ist nicht gut für euren Körper. Cristiano Ronaldo ist in der Form seines Lebens, er hat fünf Tore in der Gruppenphase geschossen und hat auch noch eine Torvorlage gemacht, es war natürlich drei Elfmeter, aber das ist egal, Tor ist Tor, Cristiano Ronaldo ist egal, ob Elfmeter oder Freistoß oder Fallrückzieher, Cristiano Ronaldo schießt Tore aus jeder Lage. Ja, unser Ziel ist natürlich, den Titel zu verteidigen mit Portugal Assau und das wird nicht einfach, denn wir spielen gegen Belgien und da sind auch Mannschaften wie Frankreich, wie Deutschland, wie England, wie die Niederlande und Italien ist auch sehr gut dieses Jahr, also es wird nicht einfach, den Titel zu verteidigen, aber Cristiano Ronaldo gibt sein Bestes, um am Ende wieder auf dem Podest zu stehen und die Trophäe in die Höhe zu recken. Ja, Cristiano Ronaldo muss natürlich wieder alles alleine machen, ist natürlich klar, die anderen können nichts, Ronaldo hat bis jetzt alle Tore geschossen, die anderen, ja okay, Jota hat auch ein Tor geschossen und irgendein anderer hat auch noch ein Tor geschossen, aber sonst hat Cristiano Ronaldo alle Tore geschossen und ich sag mal so, ich bin mittlerweile 36 Jahre alt, also ich werde auch nicht jünger und trotzdem bin ich immer noch der beste Spieler. Ja, natürlich, Cristiano Ronaldo ist immer noch der beste Spieler, wie gerade schon gesagt und ich will den nächsten Titel holen und nächste Saison mal gucken, wo ich dann spiele, vielleicht spiele ich noch in Italien bei Juventus, vielleicht spiele ich in Manchester in England, vielleicht spiele ich auch wieder bei Real Madrid in Spanien, wir wissen es noch nicht, aber jetzt ist erstmal voller Fokus auf Europameisterschaft und ich will heute Abend gewinnen, also drückt mir die Daumen, drückt eurem Cristiano Ronaldo beide Daumen, lasst auch ein Daumen hoch auf dieses Video da und schreibt unten in die Kommentare, wie viel geht das Spiel Belgien gegen Porto Galassau heute aus, also wie gesagt, Cristiano Ronaldo schießt 2 Tore, also sag ich, Porto Galassau gewinnt 2 zu 1 gegen Belgien. Das war's heute mit dem Video, euer Cristiano Ronaldo, bis zum nächsten Mal, ciao! Bis zum nächsten Mal, ciao!